Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wir sind schon ganz ganz kurz vor den 500 Abonnenten und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem ihr werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir keine neuen Skins, aber der Shop wird sich ja nachher nochmal aktualisieren für den Deadpool Skin. Das werde ich zumindest versuchen mal live anzuschauen und dann werden natürlich auch noch zu den Challenges selbst ein Video kommen. Ich denke mal, hier werden auf jeden Fall ein paar mehr Items zu Deadpool noch reinkommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ich denke mal ein bisschen mehr als nur beim Oro-Skin. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal den Spielzeugtrooper im Shop, einmal in der grünen, in der grauen und in der roten Variante. Dazu gibt es dann natürlich auch noch eine männliche Version, einmal wieder auch in grün, in grau und in rot. Dann gibt es dazu die Plastik-Lackierung, einmal auch wieder grün, grau und eine rote Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Kristall-Skin, den Pronto-Skin, dann den Pterodactylus und dann die kräftiger bis Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Nickerchen-Skin. Hier hat man zwei Stile, einmal den Ninja-Stil und dann den Kissen-Stil. Beim Backpack hat man, glaube ich, nur zwei verschiedene Sternbilder oder ja, vielleicht andere Sterne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da genau unterschiedlich ist. Also, auf den ersten Blick würde mir jetzt hier nichts auffallen. Vielleicht ein klein bisschen anderes Muster oder so, aber nichts wirklich Besonderes. Dann haben wir als nächstes die Einschlafhilfe Spitzhacke. Dann haben wir den Nachtflieger. Und als letztes die Trauma-Flackierung, die ist auch animiert. Allerdings nur ganz leicht, also sieht man nicht wirklich gut. Dann haben wir als nächstes den Eiserner-Bauer-Skin, dann den Nachtlicht-Skin. Als nächstes dann noch den Twisty-Mode. Dann haben wir noch die Pimpel-Hacke. Den Breakdancing-Mode. Und als letztes dann noch den Pizza-Party-Mode. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Wie gesagt, nachher gibt es nochmal ein weiteres Shop-Video und natürlich die Lösung zu den Deadpool-Challenges. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher in dem Video wieder oder im Stream nachher. Bis dahin. Ciao.